Der Creality Ender 3v3, ein Drucker der etwas anderen Art, nicht auf dem ersten, aber immerhin auf dem zweiten Blick. Betzlinger sind ja allgemein langweilig, aber nicht dieser. Es ist ein Core-System, weshalb ich dieses auch auf dem Tisch zu stehen habe. Genau genommen ist es nämlich ein Core-XZ-System. Doch auch an vielen anderen Stellen unterscheidet sich dieses Gerät von anderen, so erbt es nämlich sehr viel aus dem K1-Baukasten. Ich teile heute natürlich mit euch hier meine Erfahrung von etwa zwei Wochen Druck mit diesem. Also lasst uns dieses neue Stück Hardware aus dem Hause Creality doch einfach mal genauer ansehen. Bevor wir uns an das Eingemachte machen, sollten wir zuerst einmal beleuchten, was Creality uns hier verspricht und was sofort ins Auge sticht. Wenn man sich diesen Drucker ansieht, im Gegensatz zu seinen Brüdern hat sich der Rahmen und der Aufbau doch sehr stark geändert, wurde vom Design eher an den K1 angelehnt, wirkt also bedeutend edler. Gerade wenn man sich daneben einen Ender 3v3 KE oder Ender 3v3 SE denkt. Verwunderlich, ausgerechnet diese hat nun tatsächlich keine Endung, wirkt also als wäre dieser eher unter diese anzuordnen als darüber. Das Display und der Druckkorb stammen de facto aus dem K1-Baukasten, was natürlich auch Änderungen von einem Aluprofil auf X zu zwei Führungsstaben führte. Tatsächlich teilt er sich beim Betriebssystem auch die entsprechenden Funktionen sowie einige technische Daten. Was haben wir also jetzt hier technisch auf dem Papier stehen? Die Nozzle bis 300 Grad Celsius mit einem 60 Watt Heater. Das Heatbett bis 110 Grad mit flexibler Peiplatte, welche im Übrigen 1 zu 1 identisch ist mit der des K1. Daher auch der Bauraum mit 220 x 220 und 250 mm Höhe, Resonanzsensor und Bet-Level-Sensor und angeblich eine Druckgenauigkeit von plus minus 0,2 mm. Optionale AI-Kamera, die wird übrigens per USB dann seitlich angesteckt, Druckschwindigkeit bis 600 mm pro Sekunde und eine Beschleunigung mit bis zu 20.000 mm pro Quadratsekunde. Wie bereits erwähnt, das 4,3 Zoll Touchscreen-Display, was wir aus der K1-Reihe kennen, also dementsprechend auch Reality-OS mit Clipper, USB-Anschluss, Wi-Fi und am Ende bleibt dann noch das Core-XZ-System als Highlight stehen. Eigentlich alles, was man so ungefähr braucht, um PLA, TPU und PTG sowie auch Derivate mit Carbon-Anteil zu drucken. ABS wird aufgeführt, nun ja, kann man, aber da wäre ja noch dieses kleine Einhausungsproblem. Wir alle kennen kathesische Drucker. Diese haben Motoren spezifisch für X, für Y und natürlich auch für Z. Die meisten heutigen Geräte bauen auf einem Core-XY-System auf. Dabei werden X- und Y-Achse über zwei oder vier Motoren betrieben. Jedoch natürlich in einem Verbund. Das bedeutet, bewegt man einen der Motoren, würde der Druckkopf im 45-Grad-Winkel von z.B. vorne links nach hinten rechts fahren. Für eine gerade Bewegung benötigt man also exakt zwei Motoren, die parallel laufen. Es ist somit mehr Kraft und Geschwindigkeit herauszuholen. Zudem wird das System auch präziser. Die Motoren werden auch nicht nach den Achsen benannt, wie vorher, sondern erhalten nun die Buchstaben A und B. Doch ja, wir waren ja eigentlich beim Core-XZ. Was ist das? Genau wie bei einem Core-XY werden hier zwei Motoren für zwei Achsen in einem Verbund eingesetzt. In diesem Fall für X und Z. Dieses System ist vielen aus der Voron-Szene geläufig. Der Switchwire war einer der mir zumindest bekannten ersten Drucker mit diesem Konzept, welches es in die breitere Masse geschafft hat. Nun haben wir aber tatsächlich hier den ersten Out-of-the-Box-Drucker stehen, welcher dieses System nutzt. Man verspricht sich damit höhere Genauigkeiten, was gerade im Bereich der Betzlinger immer so ein Thema war. Zudem spart man sich auch noch einen Haufen Geld beim Herstellen. Der Wegfall der Gewindestange auf Z löst etwaige Ungenauigkeiten und verbogene Stangen und so weiter. Eine solche kann natürlich genauer sein, muss aber, und das ist es eben, sehr gerade sein. Am besten ist übrigens hier eine Kugel Umlaufspindel, um diesen sogenannten Backflash, also das Spiel der Mutter, zu reduzieren. Das lösen wir natürlich nun durch den Ringen. Der nächste Punkt, das Ausrichten des Druckkopfes zum Bett. Bei diesem System benötigen man eigentlich immer nur die zwei Motoren, Off-Z, links und rechts, um ein sogenanntes Z-Tilt Calibration auszuführen. Dabei müssen diese Motoren unabhängig natürlich voneinander ansteuerbar sein. Ein zusätzlicher Motor bedeutet aber mehr Kosten, wie das eben bei den Gewindestangen nun mal so ist. Neben dem Motor muss man eben dann die zweite Gewindestange, der Mainboard muss dann auch noch den entsprechenden Steckplatz am Treiber mitbringen. Ja, und dank der Riemen? Kein Problem. Aber Thema Motoren, wenn wir dabei sind. Diese sind beide übrigens hier unten in der Basis. Der spezifische für X muss also auch nicht mal noch mit in die Höhe gehievt werden. Das entlastet also das System enorm und leichter bedeutet auch immer höhere Geschwindigkeit. Das gegossene Aluminium für Gehäuse und Portal wirkt übrigens sehr wertig und solide. Durch die vielen Rundungen wirkt es auch aus meiner Sicht schon sehr modern und eher wie ein Einrichtungsgegenstand. Egal wo man am Gerät hinfasst, alles ist wirklich sauber verarbeitet, keine scharfen Ecken, keine Kanten. Am Ende ist es wohl eher der Rollenhalter, der für mich nicht so gelungen wirkt. Und hier gibt es äußerlich auch meinen größten Kritikpunkt. Es ist eine sogenannte Bremse für das zu schnelle Abrollen beigelegt, welche im Übrigen 3D gedruckt wurde. Das ist auch nicht so wirklich sauber und schön, aber das ist ein anderes Blatt Papier. Zudem ist diese Lösung nicht optimal, um brüchige Filamente irgendwie da unten hineinzuführen. Wenn die X-Achse nach unten fährt auf Z, gibt es kaum noch Platz für das Filament nach unten. Mir ist hier PLACF schon zweimal gebrochen. Wer auf den Halter verzichten kann, das Filament von oben in den Extruder führt, ja da könnte man dann zum Beispiel dann eher schon mal damit leben. Doch das Problem ist dann der Filamentsensor. Es ist alles dafür vorgesehen, ihr könnt den auch nach oben installieren. Aber der Filamentsensor muss ausgetrickst werden. Mechanisch wackelt hier übrigens gar nichts. Alles ist wirklich sehr sauber gefühlt. Das Core-XZ-System wird sauber gespannt, spannt sich auch an bestimmten Grenzen ein bisschen selbst nach. Und ja, sollte die X-Achse unverhofft mal herunterfallen, wird diese im unteren Bereich durch Federn begrenzt. Die Endstops für das gesamte Core-System befinden sich im Übrigen oben links, wenn man von vorn drauf schaut. Hier ist gerade beim Thema Filament genau ein Riesenproblem. Wenn die Rolle unten ist, wird die Rolle nämlich abgerollt, wenn ihr homet, weil ihr ja nach oben fahrt und dann wollt ihr wieder runter und habt viel, viel Filament übrig. Das Display an sich ist eine super Sache, leicht zu bedienen, aber auch hier gibt es einen kleinen Kritikpunkt und zwar die Position. Wenn das Pad komplett vorne ist und aufgeheizt ist, ist ein Bedienen kaum möglich. Etwas schadet, aber noch zu verkraften. Aber im Betrieb möchte ich am Display nicht herumfuhrwerken, weil da hätte ich Angst um meine Fingerchen. Das Druckbett heizt sich, wie schon in der gesamten K1 Reihe, etwas ungleichmäßig auf. Ihr seht es hier auf dem Video, wie es von 30 auf 80 Grad aufheizt. Da wir hier ein 24 Volt Druckbett haben, dauert es natürlich auch ein wenig. Auf 110 Grad wird es wohl sehr lange brauchen. Generell bleibt das Druckbett jedoch auf der Oberfläche ca. 4 bis 6 Grad unter der Anzeige. Aber man sollte auch beachten, zum einen wird die Temperatur ja immer unterm Bett gemessen, zum anderen ist solch eine Messung immer nicht 100% genau. Was bei diesem Bett aber interessant ist, die Befestigung. Wie auch beim K1 werden unterm Bett Wegezellen verwendet, um Bettnivellierung zu realisieren. Dies war bei meinen Tests auch wirklich tatsächlich stets problemlos. Das Druckbett scheint eine leichte Schüsselform bei 80 Grad zu haben, zumindest bei meinem Exemplar. Hier gibt es aber unterm Strich auch nicht so viel zu meckern und ist am Ende eher ein Abzug in der B-Note. Da muss ich sagen, da habe ich tatsächlich schon Schlimmeres gesehen von anderen Herstellern. Und dieses Druckbett ist vom Aufbau her ja eh recht dünn. Mit ca. 65 bis 70 Dezibel, nicht einer der leisesten Drucker. Hier war der Bauteillüfter übrigens bei 100%. Das mag zwar nicht immer der Fall sein, jedoch sind die Geräusche der Bettbewegung ebenfalls mehr als wahrnehmbar. Hier könnte also noch etwas rauszuholen sein in der Zukunft. Für meinen persönlichen Geschmack habe ich das Gefühl, ja die Geräte werden immer lauter. Geht euch das auch so? Ist es nicht die ganze Zeit so, dass wir die eigentlich neben uns stehen haben möchten, aber können es mittlerweile nicht mehr? Also wie gesagt, er ist so laut, so laut, dass ich den bei den 2-Wochen-Tests tatsächlich eher in den anderen Raum gestellt habe. Welcher übrigens weit weg von dem hier liegt, denn ich kann nicht da nebenbei noch arbeiten oder irgendwas anderes machen. Das war mir dann irgendwann zu viel. Für kurze Drucke überhaupt kein Problem. Bei längeren Druckern, die über eine Stunde, zwei Stunden laufen, no way, will ich nicht. Aber okay, er druckt dafür aber nicht zuhause. Wir müssen hier zwei Dinge beachten, bevor wir jetzt hier zu der Bewertung kommen. Zum einen ist dieses ein Betzlinger, also ein typischer i3-Stildrucker. Zum anderen wurde hier was gänzlich Neues auf den Massenmarkt geworfen. In Bezug nämlich auf das Core XZ-System. Es ist keine Bastelbude, es ist ein Out-of-the-Box-Gerät. Es ist ein wirklich schön anzusehendes Gerät, macht auf alle Fälle etwas her, ist solide und robust gebaut. Der Aufbau war tatsächlich kinderleicht, das Portal auf die Basis stecken, verschrauben, Kabel zusammenstecken und los ging die ganze Sache schon. Dank der Resonanzmessung gleich beim Start werden auch gleich die ersten Probleme mit dem Aufstellort beseitigt. Das Leveln des Bettes geht dank Wegezellen im Handumdrehen. Alles kein Problem, dank Elektronik ist nicht mal ein Handgriff nötig. Das Gerät kann einfach alles von selbst erledigen. Der Drucker hat eine sehr hohe Lautstärke. Die Filamentführung, wie gesagt, finde ich nicht so gut gelöst, da sie, wie gesagt, beim Einzug vor dem Sensor auf Z0-Position zu stark auch an den heißen Motoren herumgedrückt wird. Man kann die Rolle zwar auf das Portal setzen, jedoch verliert man dann den Filament-Runout-Sensor. Dennoch ist es ein gelungenes Konzept als Ganzes für mich, welches sich, ja, mal gucken, erstmal auf dem Markt auf Dauer etablieren muss. Solche Riemensysteme auf Z sind keine Selbstläufer. Vom Grundprinzip sind diese technisch gesehen genauer, sowohl auf Z als auch auf X. Doch wenn diese Geräte etliche Druckstunden mal auf der Uhr haben, dann leiden ja auch bekanntlich die Riemen. Sie werden länger, sie dehnen sich aus. Wie hoch der Verschleiß tatsächlich am Ende ist, das kann sich tatsächlich erst zeigen, wenn man länger druckt. Da reichen tatsächlich zwei Wochen Betrachtung nicht aus. Preislich gesehen liegt dieser Drucker im Übrigen bei 419 Euro. Für 599 Euro bekommt ihr dann den K1C. Wer unbedingt einen offenen Drucker sucht, macht jedenfalls aus meiner Sicht mit dem Ender 3V3 nichts falsch. Wenn auch die Erfahrungswerte hier tatsächlich noch nicht so weitreichend sind. Rechnet man jedoch noch die zusätzlich benötigte Kamera für die AI-Erkennung und eine Art Umhausung hinzu, um technische Filamente zu drucken, dann würde ich sagen, dann greift doch lieber zum K1C, da ist dieser besser, weil er alles schon mitbringt. So, und jetzt bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr bei diesem Drucker? Wo würdet ihr euch da sehen? Würdet ihr so ein Gerät bei euch hinstellen wollen? Oder, ja, stören euch Faktoren an diesem Gerät? Also, das soll es dann gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao. Ciao.